So Leute, jetzt der Logitech ohne das Wasserpfeindsgehäuse. Kniedlicher Treiber, kann man nichts anderes sagen. Ich finde es immer noch krass mit den Teilen hier in der Mitte. Ich habe schon meinen Namen vergessen. Mal auftreten, dann schauen wir, was es da aushalt. Wut? Mein Auberverstärker. Diese Kabel. Man sollte sich draufstellen, da passiert nichts mehr. Die sind ja auch ziemlich dicht aneinander. Alter, das Teil kannst du auch richtig als Hochtöner wahrscheinlich verwenden. Also, tschüss bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.